Atlantik, bitte die Halle. Hallo, Portier. In der Halle sitzt so ein kleiner, dicker, komischer Mann mit einem Fotoapparat. Der soll mal gleich zum Apparat kommen. Jawohl, Moment bitte. Hallo, Sie. Sollen zum Telefon kommen? Jawohl, kommt schon. Zelle 2. Ah, da sind Sie ja, kleiner Rollfilm. So, passen Sie mal auf. Rufen Sie mal gleich ein paar Zeitungen an, das Fremdenblatt, Nachrichten, Korrespondent, Anzeige und Echo. Und sagen Sie Ihnen, Sie möchten präzise elf heute Abend bei der Lennarts Werft sein. Und wenn man Sie fragen sollte, warum, dann sagen Sie, es wird dort heute Nacht noch allerhand los sein. Also, kleiner Mann, Sie ist recht geschickt, ne? Und wenn natürlich vor allen Dingen meinen Namen auf keinen Fall erwähnt. Was wird denn so besonders los sein in der Lennarts Werft? In der Lennarts Werft? Wieso wird die Lennarts Werft? Ich wollte Sie nicht belauschen, aber dass Sie von der Lennarts Werft gesprochen haben, das habe ich bestimmt gehört. Aber, ich bin es vorhin, da ehren Sie sich bestimmt. Guten Abend. Ich habe doch mit keinem Wort von der Lennarts Werft gesprochen. Oh. Mhm. Entschuldigen Sie bitte. Bitte. Um Ihnen die Wahrheit zu sagen, ich habe da eben telefonisch eine Verabredung abgesagt, weil ich noch die Vorahnung hatte, dass ich heute Abend so eine entzückende Bekanntschaft machen würde. Was ist denn dein Wagen vorhanden, bitte? Beut? Den Wagen von Frau Lennarts. Okay. Oh. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Nand, wir sind von der Zeitung. Was ist hier los? Was soll los sein? Gar nichts ist los. Also ist bestimmt was los. Wo wir sind, ist immer was los. Na, sehen Sie? Was ist denn los bei euch? Hier ist alles in Ordnung. Hier ist alles in Ordnung. F. P. Ents. Ja, was ist denn da los? Und dann komm auf einmal die Feuerwehr. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020